Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem 15 Minuten Praxis-Webinar. Das bringt der Abruf wie durch Googlebot. Wen hören Sie jetzt gerade? Mein Name ist Markus Hövener. Ich bin Head of SEO bei der Online-Marketing-Agentur Blue Fusion und Chefredakteur des Magazins Sucherda. Ja, Sie hören heute ein relativ neues Format. Wir hatten schon einen Testlauf, das ist quasi jetzt nicht mehr exakt brandneu, aber trotzdem immer noch für uns ein Testlauf. Deswegen ganz wichtig, wir brauchen am Ende Ihr Feedback. Sollen wir mehr davon machen, länger, kürzer, anders? Bitte sagen Sie es uns. Das Format erklärt sich durch den Titel fast von selbst. 15 Minuten Webinar in aller Kürze und danach gerne noch Q&A. Also wenn Sie dazu noch Fragen haben, stellen Sie die. So, was ist noch wichtig für Sie? Sie bekommen natürlich später die Folien und Sie bekommen auch später die Aufzeichnung. So, und noch ganz wichtig, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die Folien, die Sie heute sehen, entstammen meinem Online-Seminar namens On-Page SEO für Webdesigner und Webentwickler. Das heißt, wenn Sie so jemand sind, wenn Sie Websites bauen oder überhaupt mal was über On-Page SEO lernen möchten, dann sind Sie natürlich vollkommen richtig. Bei unserer On-Page Week vom 3. bis zum 7. September machen wir das Ganze online. Sie müssen also die geschützte Atmosphäre Ihres Büros nicht verlassen. Unter blue.link slash On-Page Week finden Sie dazu mehr Informationen. So, das war der Werbeblog. Fangen wir an. Das Thema, ja, wie gesagt, die Funktion Abruf wie durch Googlebot. Einige von Ihnen kennen das sehr wahrscheinlich aus der Google Search Console, die Sie wahrscheinlich auch alle kennen. Ja, ganz wichtig. Mir geht es heute darum, in 15 Minuten vorzustellen, wofür braucht man das eigentlich? Und vor allem, was kann man daraus ableiten? Was kann man so an Fehlern finden? Wofür braucht man das wirklich in der Praxis? Ein wichtiger Begriff am Anfang ist das Wort Rendering, denn es hat sich was geändert in den letzten Jahren. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, gebe ich zu. Ja, Google lädt Seiten mittlerweile wirklich komplett runter. Früher war es wirklich so, dass Google nur die HTML-Seite heruntergeladen hat und darauf gearbeitet hat. Das ist schon relativ lange nicht mehr so, sondern Google macht das, was ein guter Browser auch macht. Das lädt die JavaScript-Datei runter, die Bilder, die Fonts, die CSS-Datei und all das, was da noch so dranhängt an so einer Seite. Und in den Google-Richtlinien steht, das muss man auf jeden Fall mal gelesen haben, damit Google die Inhalte Ihrer Website vollständig interpretieren kann, lassen Sie zu, dass alle Assets Ihrer Website gecrawlt werden, die das Rendern der Seite wesentlich, unterstrichen, beeinflussen können. Dazu zählen zum Beispiel CSS und JavaScript-Dateien, die die Interpretation der Seite beeinflussen. Ja, sperriges Konstrukt ist aber wirklich wichtig, also damit Google eine Seite vollständig und richtig beurteilen kann, muss eben das hier gewährleistet sein. Also sollten Sie es auf jeden Fall testen und dafür können Sie halt die Funktion nutzen, Abruf wie durch Google. Die sieht so aus, wie Sie es da unten sehen. Ganz wichtig, wir gucken jetzt noch auf die alte Google Search Console. Es gibt ja eine neue Search Console, die gerade aufgebaut wird. Da kann man schon darauf zugreifen, aber genau diese eine Funktion fehlt da noch und deswegen gucken wir immer noch rückwärtsgewandt auf die alte Funktion. Wenn Google irgendwann mal Lust hat, werden Sie das sicherlich mal nachbauen. Also, relativ einfacher Konstrukt. Sie können diese Funktion natürlich nur für Seiten nutzen, die Sie auch vorher validiert haben, also die Ihnen gehören. Sie haben einmal ein Feld, wo Sie Ihren Pfad eingeben. Wenn Sie nichts eingeben, wird er einfach die Startseite abrufen. Ansonsten geben Sie so etwas wie Impressum.html ein, damit er eben das Impressum runterlädt. Dann müssen Sie sich entscheiden, ob Sie Desktop oder Mobile abrufen wollen, also Smartphone in diesem Fall. Und dann haben Sie zwei Optionen da hinten, zwei rote Buttons. Der eine heißt Abrufen. Das heißt, lade wirklich nur diese eine Seite herunter und sonst nichts. Und es gibt die spannendere Funktion, die heißt Abrufen und Rendern. Da wird die HTML-Seite heruntergeladen, inklusive aller Assets, die da drin sind, also Bilder, Fonts, Skripts, alles. Wenn Sie das gemacht haben, werden Sie unten so eine Liste sehen von den Seiten, die Sie schon alle angefragt haben. Links sehen Sie, also in der linken, in der ersten Spalte sehen Sie die ganzen Pfade, die Sie angefragt haben. In der zweiten, ob Sie für Desktop oder Mobile angefragt haben. In der dritten sehen Sie, ob Sie nur die Seite abgerufen haben oder auch das Rendern mit angefragt haben. Und in der vierten Spalte sehen Sie, wie Google über Ihre Seite denkt, die Sie da angefragt haben. Idealerweise ist das grün, das heißt, alles gut funktioniert. Im schlimmsten Fall ist es rot, das heißt, die URL, die du angefragt hast, habe ich nicht gefunden. Und ganz eventuell ist es eben gelb für weitergeleitet, das heißt, die URL, die du angefragt hast, die leitet irgendwohin weiter. Aber mehr mache ich an diesem Punkt nicht. Google könnte der Weiterleitung ja auch folgen. Das genau tun Sie aber eben nicht. Sondern dann muss man eben nochmal hingehen und die URL, auf die weitergeleitet wird, eben auch noch eingehen. So, wenn man das gemacht hat, sieht das Ergebnis wie folgt aus. Und da muss man eben gucken, ja, was will man jetzt eigentlich hinbekommen? Das eine Ziel ist wirklich zu gucken, kann Google die Seite richtig darstellen? Da gibt es manchmal ein paar Probleme bei. Also hier eigentlich links und rechts miteinander vergleichen, sieht das gleich aus. Also grafische Übereinstimmung. Hier ist alles okay, links sieht es aus wie rechts. Das zweite, was man sich angucken sollte, ist, unterhalb dieser Grafik wird dann dargestellt, welche Ressourcen Google runterladen wollte, aber nicht konnte oder nicht durfte. Das ist hier eine ganze Menge. Google schreibt dann auch daneben, was für ein Typ ist das also. Also ist das ein Skript oder ein Bild oder ein Font. Und dann steht da als Grund blockiert. Das heißt, in diesem Fall waren das Sachen, die wollte Google herunterladen, die sind aber blockiert, also für Suchmaschinen gesperrt. Und in der rechten Spalte steht dann noch eine Schätzung von Google, für wie wichtig hält Google diese Ressource. Und die Grundregel ist eigentlich, alles was als niedrig bewertet wird, ist vollkommen okay. Bei allen anderen sollte man viel genauer hingucken. Das heißt nicht, dass weil da jetzt mittel und hoch steht, dass das jetzt das Ende aller Tage ist. Aber wie gesagt, dann muss man eben genauer hinschauen. Leider ist es so, dass wenn Sie dieses Abrufen und Rendern machen, es gibt manchmal Fehler dabei. Wir haben gerade gesehen, als Grund steht er in der Regel blockiert. Manchmal steht er aber auch vorübergehend nicht erreichbar. Und das heißt eben, dass offensichtlich gerade die Ressourcen auf Google-Seite nicht ausgereicht haben, um diese Datei abzurufen. Oder vielleicht war das Server auch dauernd. Wenn das passiert, führt eigentlich kein Weg drum herum, dann muss man es einfach nochmal machen, wiederholen, bis der Fehler nicht mehr auftritt. Ein Praxistipp, man sollte niemals mehrere Anfragen parallel starten, weil das eben dann quasi die Pipeline blockiert. Also von daher alles immer brav nacheinander machen. Grundsätzlich gilt, damit Google das alles hinbekommt, darf man nichts Wichtiges sperren. In der Regel unkritisch ist alles so, was Tracking-Skripte sind, also zum Beispiel Google Analytics oder eben andere Web-Analyse-Tools. Die würde Google sowieso nicht ausführen. Das hat also keinen Vorteil. Nicht gut sind Sachen so wie Bilder. Denn wenn ich die zum Beispiel gesperrt habe für Suchmaschinen, hätte das auch Nachteile für die Bildersuche, weil sie da eben nicht reinkommen. Sollte man also klassisch nicht machen. Ganz absolut nicht gut, gleich sehr schlecht, ist das Sperren von CSS-Dateien. Insbesondere, weil Google dann zum Beispiel gar nicht mehr erkennen kann, ist diese Website jetzt eigentlich mobiltauglich oder nicht. Und das ist natürlich gerade in einer Mobile-First-Welt, in der wir heute leben, eine sehr wichtige Frage. Angrenzend daran, hat jetzt nichts mehr damit zu tun, ist der Report in der Google Search Console, der heißt Blockierte Ressourcen. Da sammelt Google alles, worauf Google gerne zugreifen würde bei Ihnen beim Rendern, aber eben für die gesamte Website. Beim Abruf wie durch Google ist es ja so, dass nur eine Seite abgerufen wird. Es könnte aber sein, dass auf irgendeiner Seite irgendwas gesperrt ist und Sie kennen diese Seite gar nicht. Deswegen würde ich immer auch natürlich parallel nochmal in diesen Report reinschauen, ob Google wirklich auf alles zugreifen kann. Ja, und wenn Sie eine Seite jetzt schon heruntergeladen haben und haben Rendern lassen, gucken Sie auch bitte immer in den HTTP-Header. Sie werden sehen, dass es da oben so zwei Tabs gibt, die heißen Abrufen und Rendern. Bei Rendern sehen Sie eben das Ergebnis. Bei Abrufen sehen Sie den HTML-Code und den HTTP-Header. Wenn Ihnen das was sagt, also falls Sie Techniker sind, gucken Sie da auf jeden Fall einmal rein. Denn da könnte etwas drinstehen, was durchaus relevant ist. Es gibt nämlich verschiedene Anweisungen, die könnten einmal im HTML-Code stehen und im HTTP-Header. Das kann sein ein Canonical-Tag, ein hrflang-Tag oder ein robots-meta-Tag. Es könnte also im HTTP-Header stehen, dass eine Seite für Suchmaschinen gesperrt ist. Und das würden Sie im HTML-Code gar nicht sehen können. Deswegen gucken Sie bei der Stelle auch immer da rein. Ich sage ganz ehrlich, es passiert extrem selten. Ich hatte in den 17 Jahren jetzt zwei Fälle, wo da mal was drinstand, was wirklich auch kritisch war. Trotzdem ist das echt eine super Gelegenheit, wenn Google das ganze Ding schon runtergeladen hat, da auch nochmal reinzugucken. Ein wichtiger Punkt ist, wie geht Google eigentlich an dieser Stelle mit JavaScript um? Ich habe mal ein total banales JavaScript gebastelt, was eigentlich nichts anderes macht, als Hello World auszugeben. Den Quell-Code dazu sehe ich links. Und rechts sehe ich, so sah der Google-Bot die Seite. Das heißt, wenn Google JavaScript ausführt, dann steht da Hello World. Aber links sehe ich eben immer noch den HTML-Code, ohne dass das ausgeführt wurde. Das kann bei einigen komplexen JavaScript-Operationen eben durchaus einen Unterschied machen. Da komme ich an dieser Stelle aber nicht vorbei. Ich sehe also quasi immer den HTML-Code, bevor das JavaScript ausgeführt wurde. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Punkt. Zugriff oder Abruf wie durch Google-Bot ist die einzig sichere Methode, die Abfrage aus Google-Sicht zu sehen. Was ist damit gemeint? Ich zeige Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel, was für einen Kunden extremst verheerend war. Man sieht hier an der Abfrage, wir haben die Startseite des Online-Shops versucht abzurufen. Und darunter steht, diese URL leitet weiter auf folgende Seite, nämlich slash en. Was ist hier passiert? Es war ein Online-Shop und für den gab es ein Update. Und der Shop hat geguckt, von welcher IP kommt eigentlich der Nutzer. Und dann leite ich ihn schon mal auf die für ihn passende Seite weiter. Das war ja eigentlich auch ganz gut gedacht. Das heißt, ein Mensch, der aus den USA kam, wurde direkt auf die englischsprachige Unterseite weitergeleitet. Cool gedacht, aber Google greift ja auch auf die Website zu. Und genau das ist hier passiert. Denn Google kommt mit seiner IP aus den USA. Und folgerichtig ist, wann immer Google auf die Website zugreifen wollte, ist er immer auf die englischsprachigen Inhalte weitergeleitet worden. Es war Google gar nicht mehr möglich, auf die deutschsprachigen Inhalte zuzugreifen. Und das ist natürlich, das war verheerend. Und das hätte ich aber ohne dieses Tool niemals sehen können, weil egal welchen Crawler ich sonst so benutze, die meisten greifen dann halt doch aus Europa, aus Deutschland zu. Und solche Fehler kann ich einfach nur dann finden. Typisches Problem, was man da wirklich sehen kann, ist ein sogenannter Redirect auf IP-Basis. Also wie im Beispiel, oder mein Web-Server erkennt, der Besucher kommt aus Österreich, dann leite ich ihn doch direkt weiter auf die Seite für Österreich. Nochmal, das ist grundsätzlich ganz gut gedacht, funktioniert aber nicht. Es ist definitiv ein Worst Practice. Denn auch Google kommt von einer ganz bestimmten IP-Adresse und sollte niemals umgeleitet werden. Dann hat Google vor ein paar Wochen auch nochmal öffentlich gesagt, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Es machen relativ viele, aber es ist trotzdem relativ tödlich. Ähnliches Problem ist übrigens auch die Personalisierung. Das ist ja gerade groß in Mode. Das heißt, jeder Besucher, der die Website besucht, kriegt quasi seine eigene Website. Wenn ich schon ein paar Mal da war und ich habe mich für Produkt X interessiert, dann wird das natürlich flächendeckend auf der Startseite erwähnt. Oder wenn ich immer in eine ganz bestimmte Kategorie gehe, dann wird dafür schon mal ein Teaser angeboten. Solche Sachen gibt es ja und auch vollkommen zu Recht. Aber auch da ist wieder die Frage, was sieht eigentlich Google? Was sieht Google, wenn sie auf die Website zugreifen? Und genau solche Sachen kann ich nur mit Abruf wie durch Google ausprobieren und herausfinden. Ich empfehle Ihnen in jedem Fall, wenn Sie vor allem einen Relaunch machen und Sie stellen eine neue Website live, prüfen Sie einmal mit Abrufen und Rendern alle wichtigen Seitentypen. Das heißt, wenn Sie einen Online-Shop haben, prüfen Sie Ihre Startseite, Sie prüfen eine Rubriken-Seite, Sie prüfen eine Produkt-Detail-Seite. Das machen Sie am besten vor dem Go-Live der Website. Damit das funktionieren kann, darf der Stage, den Sie dann prüfen, natürlich nicht irgendwie für Google gesperrt sein. Klassisch ist er das. Deswegen muss man diese Sperre einfach dann mal eine gewisse Zeit lang entfernen. Und ich empfehle Ihnen auch, einen regelmäßigen Check zu machen. Am besten finde ich monatlich. Pro Süd-Seitentyp stecken Sie auch da wieder eine Seite rein. Das heißt auch noch hier, wenn Sie einen Shop haben, prüfen Sie einmal im Monat Ihre Startseite, eine Rubriken-Seite und eine Produkt-Detail-Seite und gucken nach, ob Google das immer noch alles perfekt rendern kann. Auch da hatte ich schon relativ viele Fälle, wo es auf einmal Probleme gab. Zum Beispiel, weil Bilder über einen CDN ausgeliefert wurden und das auf einmal aus Gründen, die keiner verstanden hat, auf einmal für Suchmaschinen gesperrt war. Noch so ein Praxistipp. Wenn Sie jetzt mal gerade eine Seite geschrieben haben und die muss jetzt gerade in den Index rein, dann können Sie auch dafür das Tool nutzen. Also klicken Sie dann nur auf Abrufen. Und wenn Sie das gemacht haben, sehen Sie da hinten so einen Button, der heißt Indexierung beantragen. Wenn Sie da dann draufklicken, sieht das so aus. Dann fragt Google Sie, soll ich jetzt nur diese eine Seite crawlen, also in diesem Fall die Startseite, oder soll ich diese URL und alle direkten Links auch noch crawlen? Das ist dann halt die Frage, was Sie wollen. Vor allem, wenn Sie gerade einen Relaunch gemacht haben, ist das eine sehr schöne Möglichkeit, um Google jetzt vorbeizuschicken, damit Google Ihre tolle neue Website auch prima erfassen kann. Eine Einschränkung gibt es dabei, und zwar die, dass es eine Quota gibt. Das heißt, Sie können das natürlich jetzt nicht beliebig oft durchführen, sondern es gibt eine Einschränkung pro Monat. Ehrlich gesagt kenne ich die Einschränkung gerade nicht komplett auswendig. Was noch? Ja, das war es auch schon mit den 15 Minuten. Perfekt eingehalten. Fragen beantworte ich natürlich gleich noch. Das heißt, wenn Sie schon welche haben, bitte gerne schon mal eintippen. Also Abruf wie durch Googlebot ist eine hilfreiche Funktion zum Testen. In relativ vielen Fällen, muss ich sagen, gibt es keine ernsthaften Probleme. Wenn man allerdings, so wie ich jetzt wirklich schon hunderte Websites gesehen hat, es gibt Probleme, die da passieren können, dadurch, dass Sachen für Suchmaschinen gesperrt sind, zum Beispiel, oder eben ausgelagert werden auf einem CDN. Und ja, deswegen sollte man da eben auf jeden Fall diese Checks machen, die ich eben einmal angeführt habe. Jo, das war es auch schon für heute. Erstmal vielen Dank. Ich würde jetzt noch Fragen beantworten. Und Frage Nummer 1 kommt von Franziska Keune. Hallo, was bedeutet es, wenn der Status nur teilweise ausgibt? So sollte man, genau. Wenn der Status nur teilweise ausgibt, heißt es eben, dass Google nicht auf alle Ressourcen zugreifen könnte. Dann muss man eben draufklicken und gucken, auf was konnte Google nicht zugreifen. Und dann ist halt diese Frage, ist das niedrig, hoch oder mittel? Und dann muss man halt in die Diagnose gehen und gucken, sind das schlimme Sachen, die da gesperrt sind, auf die Google nicht zugreifen kann? Oder ist das vollkommen okay? Zweite Frage, auch von Franziska wieder. Sollte man die Indexierung manuell beantragen? Nochmal, man kann das machen, wenn es wirklich, ich habe jetzt gerade einen Blogbeitrag geschrieben, und der muss jetzt in den Index, weil er so brandaktuell ist. Dann kann man das machen. Ansonsten kommt Google natürlich in der Regel einfach vorbei und holt die Seite ab. Wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen. Aber in der Regel braucht es das nicht. Also in der Praxis brauchen wir es relativ selten. Man braucht es manchmal zum Beispiel, wenn es Rechtsstreitigkeiten gibt und auf einer Seite muss schnell was geändert werden im Index. Dann kann man das hervorragend nutzen. Markus Sonntag, bisschen Off-Topic-Frage, beantworte ich aber trotzdem gerne. Was ist eine gute Alternative zur Länderausrichtung auf IP-Basis? Naja, grundsätzlich ist nichts Schlimmes daran, die IP-Adresse zu erkennen und ihn da hinzuschicken. Man darf es eben, oder man sollte es eben nicht automatisiert machen, sondern was viele machen, zum Beispiel Amazon, dass sie halt einen Banner darstellen und sagen, hallo, möchtest du jetzt nicht, oder ich sehe, dass du aus Österreich kommst, möchtest du nicht auf die Österreich-Website, also quasi ein Banner anzubieten, ist deutlich besser, als ihn per se erstmal umzuleiten. So. Gerne. So, ja, kurzer Hinweis, vollkommen richtig, der Link zur On-Page-Woche führt nicht ans Ziel. Das habe offensichtlich ich verbockt. Gehen Sie einfach auf omcampus.de oder warten Sie einfach, bis wir Ihnen die Aufzeichnung herumschicken. Da ist der Link dann natürlich korrigiert. Genau, das andere haben wir schon beantwortet. Wir haben auf einer Seite mehrere Tabs, durch die man durchklicken kann. Alle bis auf einen sind Display None, also werden quasi nicht dargestellt. Sieht und interpretiert Google auch Display None. Wow, komplexe Frage. Also in den Google-Richtlinien steht erstmal das, steht aktuell noch, das, was auf einer Website an Text nicht direkt sichtbar ist, wird auch entwertet. Das heißt, Text, der in so einem Tab ist, oder der, wo man draufklicken muss, und dann klappt das Ding auf, werden entwertet. Das heißt, die zählen nicht nichts, aber die zählen extrem wenig. Diese Richtlinie wird sich sehr bald ändern, da wir ja in einer Mobile-First-Welt sind, da machen Tabs natürlich auch vollkommen Sinn. Google hat sich da sehr unterschiedlich dazu geäußert, wie diese Richtlinie geändert wird. Also im Endeffekt müssen wir das ein bisschen abwarten. Es gibt verschiedene Ideen, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Aber grundsätzlich stand heute würde gelten, alles, was Sie in so einem Tab an Text verstecken, verstecken immer nett gemeint, wird Google nicht werten. Das ist gerade vor allem schade. Manche Online-Shops haben halt, die Bewertungen auf Produkt-Detail-Seiten sind in so einem Tab versteckt. Und genau, und das ist halt, die Bewertungen zählen dann quasi nicht, und das ist relativ schade. Gut, was haben wir noch? Susanne Owschinski, wenn man tatsächlich dringend etwas auf einer Website ändern muss, dann muss man das für Desktop und Mobile machen, richtig? Nein, muss man nicht. Also wenn es wirklich nur um die Indexierung geht, dann reicht es, wenn man Desktop oder Mobile auswählt. Also wenn man diese Indexierung beantragen macht, ist es egal, ob man Desktop oder Mobile genutzt hat. So, jetzt muss ich einmal kurz vorlesen vom Roman Gomilsek. Gerade das Problem mit der Weiterleitung auf die englische Seite hatten wir vor ein paar Monaten auch. Bei uns wurde allerdings nicht wirklich weitergeleitet, sondern die Texte wurden systemtechnisch einfach ausgetauscht. Uns wurde beim Rendern immer die englische Sprachversion unter der Hauptdomain angezeigt. Ja genau, das sind so Probleme, die man wirklich nur dann sieht, wenn man Abrufe durch Googlebot nutzt. Und deswegen absolut wichtiges Feedback. Ich hoffe, das habe ich Ihnen beibringen können heute, wie Sie davon profitieren können. Da jetzt keine weiteren Fragen mehr kommen, hoffe ich, dass wir Ihnen ein bisschen weiterhelfen konnten. Aufzeichnungen und Folien kommen auf jeden Fall morgen rum. Dann ist auch der Link da für die On-Page-Woche oder gehen Sie einfach auf omcampus.de. Da finden Sie das Ganze natürlich auch nochmal. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Und wenn Sie morgen noch nichts vorhaben, morgen haben wir übrigens auch noch ein Webinar über Facebook-Targeting. Gerne dafür anmelden. Immer unter bluefusion.de slash Webinar. Das war es für heute. Vielen Dank und bis bald.